Hallo zusammen, hier sind wir nochmals für eine Pilates-Sequenz mit Jenny und wir machen das heute noch wieder mal eine Box Haar. Wir haben hier noch zwei Gewichtsbaue, wenn ihr sonst den Tennisbaue braucht, oder wenn ihr keinen Baue habt, ist es auch kein Problem, das geht auch. Du kannst dir vorstellen, dass du einfach so ein bisschen das Gewicht hier rechts und links selber ein bisschen mitspielen. Okay, wir fangen an, auch gegen die Wand, wie letztes Mal. Du hast gerade schön die Fasen gegen die Wand, Körper gegen die Wand und deine Füsse sind hüftbreit. So schau ganz an, dass deine Füsse hüftbreit sind und wir bleiben vorläufig ganz schön gegen die Wand und spüren einfach hier die Wand, das ist sehr wichtig. So, der Kopf, die Schulterblätter, der Schlüsselbein, der Becken, gut. Und jetzt hier deine Ellenbogen beugen und presse deine Oberarme an die Wand und spüre die breite Schlüsselbein. So denke jetzt hier, die Schlüsselbein geht in die Breite, Schlüsselbein geht zurück und die Achselhülle zum Boden. Beautiful. Alright, bleibe hier. Atme vollständig ein. Lass deine Wirbelsülle in die Länge fliessen mit dem Einatmen. Atme vollständig aus und gegen Schluss für deine Ausatmen, deine ESAS kreuzen, und dann schau du die Bogen, die Schulterblätter, die Schulterblätter und die Schulterblätter. Gut, schon wieder mal ein bisschen ins Mikrofon kommen. Und dann noch einmal so. Atme vollständig ein. Gegen Schluss für deine Ausatmen und deine Scoop machen. Mit deinen Füssen gut einfach hier. Vorher du möchtest die Wand, den Boden hinter dir, vorne ziehen. Oder wenn es für dich besser geht, also vorne stossen oder ziehen, dass die Beine einfach gut arbeiten. Beides geht tiptop. Voilà. Und jetzt entspannen. Arme lösen. Nimmst du jetzt hier eine Fusslänge weg von der Wand. Deine Rücken wieder mal gegen die Wand. Kopf gegen die Wand. Wieder mal deine Ellenbogen gegen die Wand. Und bleibe hier. Voilà. Deine Beine kannst du, entschuldigung, auch wieder mal hier öffnen. Noch ein bisschen mehr. Schulterbreit. Bravo. Okay. Das Schlüsselbein ist zurückgerollt. Kopf ganz gut pressen. Knie noch ein bisschen beugen. Und jetzt rollst du das Schambein zum Brustbein. Du möchtest die Trube, die hinter deiner Nieren ist, zu der Wand pressen. Atmest du in. Atmest du aus. Und gleich die breite Schlüsselbeine. Spürst du, rollst du das Schlüsselbein zurück. Achselhöhe zu der Talie. Und Schlüsselbein breit. Das sind drei Sachen, die man mit dem Schlüsselbein denken muss. Schlüsselbein zurück. Achselhöhe zu der Talie. One more. Aussie put. Auch noch etwas zu der Wand pressen. Rollst du das Schambein noch mehr zum Brustbein. Richtig pressen gegen die Wand. Und dann relaxen. Voilà. We do one more. Noch einmal. Und dann gehen wir zu der Matte. Nochmal Oberarm zu der Wand. Genau. Aussie put zu der Wand. Gut. Rollst du das Schambein zum Brustbein. Gut. Schlüsselbein breit. Achselhöhe zu der Talie. Schlüsselbein zurückrollen. Voilà. Ellenbogen ganz gut gegen die Wand pressen. Genau etwas weich machen, damit das Schambein noch gut rollen kann. So denke, das Steinsbein rollt sich ganz schön zum Brustbein. Stay for three and keep breathing. Atemisch aus. Richtig pressen da drüber gegen die Wand. We do one more. And don't forget your scoop. Very nice. And then relax. Arme lösen. Nimmst du deine Hände zu der Wand. Stoß die von der Wand weg. Und jetzt gehen wir langsam zu der Matte. Also gut. Jetzt stehen wir noch vorne auf der Matte im Pilates. Wie deine zwei Ballen oder Tennisballen oder was du hast jetzt hier zum Gebrauchen. Die Gewichtsballen. Noch vorbereitet da vorne. Also. Laufen deine Fersen. Blick aber zu deinen Zeilen. Pressen Fersen zusammen. Pressen Fersen zusammen. Beuge die Knie. Und kommst langsam runter bis deine Hände zum Boden kommen. Genau. Knöcheln nachher zusammen. Jenny und Fersen zusammen. Gut. Gut. Voilà. Nimmst du den Blick zum Bauch. Nimmst du deine Hände hinten. Sitzt du langsam ab. Rollst du am Bein zum Brustbein. Sitze ab. Gut. Alright. Und dann nimmst du jetzt die zwei Balle. Gut. Deine Beine für eine Strecke. Und dann. Vielleicht musst du noch die Füsse wieder aufstellen. Laufen die Becken und gehst zurück. Voilà. Dass deine Füsse einfach am Ende für deine Matte sind. Füsse sind flex. Beine sind zusammen. Voilà. Und dann nimmst du deine Arme nach vorne. Schlafwandelposition. Du kannst den Ball mitnehmen. Und von hier aus dreist deine Oberarme so gegen raus, dass der Ball zur Decke liegt. Voilà. Laufen die ESAS in deine Lunge. Roll die ESAS zu der Wand hinter dir. So das Kreuzbein zu der Wand. Das Seffoy zu der Wand. Das Ossiput zu der Wand. Und langsam aber rollen. Blick immer zu deinen Zeilen. Roll den Becken. Rollen, 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 rollen. Very nice. Wenn die Schulterblätter zum Boden sind. Die Becken geht den Pizzo. Kopf abstellen. Beide Füsse aufstellen. Genau. Wir bleiben jetzt hier. Den Körper jetzt hier organisieren. Deine Arme sind zur Decke. Deine Füsse sind gut aufgestellt. Und deine Beine sind hüftbreit. So spüre wie die Füsse im Linie sind wie das Sitzbein. Becken ist Pizzo. So you're honoring the grape. Darüber noch gut einfach Ehre. In diesem Moment die zwei Ballen schauen noch zueinander. Und der Nacken ist lang. So denken die Ossiput samt in deine Mattenabepresse. Löpfe den Ball zur Decke. So wenn du das magst, du nimmst Platz zwischen den Schulterblättern. Und dann langsam gleiten die Schulterblätter wieder zurück auf die Rippe. Nicht zusammenpressen, sondern probiere es flach zu bleiben. Noch einmal. Löpfe deine Arme zur Decke. Und dann wieder langsam. Spüre vor allem die Schulterblätter auf der Rippe. Noch ein letztes Mal. Löpfe. Und dann langsam auf deine Schulterblätter hier wie der Maus sinken. Bleibe hier. Drehe deine Arme, sodass der Ball nach vorne schaut. Gut. Bege ich immer noch Pizzo. Beide Füsse sind immer noch aufgestellt. Immer noch. As you inhale. Atme ein. Vorbereite. Atme aus. Nimm deine Arme bis zum Schlafen hin. Jüngere. Nicht Teufel. Du bleibst hier. Voilà. Wenn du hier bist. Schlüsselbein. Voilà. Achselhöhle zu der Talie. Vorstelle es. Zieh die Rippe an deine Arme. Nase zum Hals. Voilà. Seffoi zum Schambein. Unter dem Schambein. Gut. Und dann as you inhale. Schlüsselbein bleibt breit. Lief deine Arme zur Decke. Breite das Schlüsselbein. Bleibe. As you exhale. Atme aus. Wieder einmal deine Arme zum Schlafen. Genau dasselbe. Alle die Kühe sind gleich. Nase zum Hals. Breite das Schlüsselbein. Achselhöhle zu der Talie. Seffoi durch den Bauchnabel. Unter dem Schambein. As you inhale. Arms up. As you exhale. As you exhale. Arme wieder füllen. Genau. So das Schlüsselbein ist breit. Schlüsselbein zurück. Rollen. Achselhöhle zu der Talie. Das ist das Trio. Drei Sachen muss ich denken. Schlüsselgurte. Noch einmal. Inhale. Arms up. Exhale. Zum Schlafen. Here are cues again. Nase zum Hals. Schlüsselbein. Your Trio. Dini Schambein. Dini ASIS. Ganz gut. Parallelpalte. Thank you. And then Dini Sephoid unter dem Bauchnabel, unter dem Schambein. Inhale. Arms up. One more. Exhale. Nach vorne mit den Armen. Voilà. Bleibe hier. So think of your Trio. Voilà. Nase zum Hals. Sephoid. Voilà. And then arms up. Drehe Deine Arme nochmals. Das Ball zueinander schlug. Die Oberarme drehe sich gegen heraus. Öffne Deine Arme wie ein Buchstabe T. Und einfach nimmst Deine Arme zur Seite. Breit, breit, breit. Bis zum Boden. Bis zum Boden. And just relax for a second. Genau. Just relax for a second. Es ist sehr viel, viel Arbeit. Gut. Alright. So kommen wir wieder zurück. Becky ist Pizza. Füsse sind gut aufgestellt. Voilà. Alright. Now here. Kommen wir weiter. Lauf deine Arme zur Decke. Mhm. Und noch einmal. Öffne deine Arme zur Seite. As you exhale. Noch einmal mit diesem Atemzug. Inhale. Arms up. Nur schulterbreit. Nur schulterbreit. Deine Arme, deine Hände, deine Ballen kommen nicht zusammen. Und dann atmest du noch einmal aus. Öffnen. Noch einmal mit diesem Atemrhythmus. And then as you exhale. Open. Now bleiben mit den Armen. Öffnen bis zum Boden. Voilà. Der Oberkörper ist immer noch gleich. Your trio. Die Nase zum Hals. Becky. Alles ist gleich. Seffoi zum Schambein. Ungerm Schambein. Now machen wir das anders. As you exhale. Lauf deine Arme. So der Atemzug ist dynamisch ändern. As you inhale. Öffnen. As you inhale. So wir machen es auch in der Schultergurtel übiger. Look at this. Die Schulter. Noch einmal. As you exhale. Arms up. Don't forget Nase zum Hals. Genau. As you inhale. Open. Und du atmest hin. Vorstellst du dir jemanden an den Armen gegen rechts und links. As you exhale. Come home. Noch einmal. Atmest hin. Öffnen zur Seite. And one more. Exhale. Come home. Gut. Dreist deine Arme. Wieder machst du den Ball für die Lurke zur richtigen Füssen. Und dann sinken deine Arme bis zum Boden. Palte deine Balle. Genau. And bleibe hier kurz. Just relax. Alright. Wenn du den Ball hast, nimmst du nur deine Fingerspitze auf den Ball. Voila. Genau. Hier kannst du, wenn du keinen Ball hast, kannst du deine Fingerspitze auch vom Boden näher. Alright. Du siehst nur so vom Boden näher. Das geht da. Alright. So vom hier aus. Der Baggi ist Pizzo. Presserfüße ganz schön am Boden. Der Sephoid. Unter dem Buchnabel. Nase zum Hals. Gut. Now, as you come up, lüpfe den Kopf. Und dann roll auf den Führer. Lift die Shoulderblades. Und der Ball rollt sich unter deine Hände. Stopp. Also Pizzo. 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 Gut. Nur bis zu der Spitz vor der Schulterblätter. Das ist es. Und dann, as you come home, exhale to roll back down. Bekki bleibt Pizzo. Mhm. So du atmest dich. Lüpfe den Kopf. Atemest dich. Atemest dich. Roll up. Achsehörlich zu der Talie. Bekki Pizzo. 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 You're honoring the grape. And then one more come home. Okay. Noch einmal. Atemest dich. Lüpfe den Kopf. And roll up. Achsehörlich zu der Talie. Breite das Schlüsselbein. Bleibe. Roll das Schlüsselbein zurück. Breite das Schlüsselbein. Bekki Pizzo. And go home. Okay. Kleine Hände. Die Knoten zu. And again. Roll up. Genau wie vori. Oefen rollen. Genau wie vori. De ball rollt sich. Für die armen werden lang. Good. Now happen the ball in deine Hände. And then lüpfe deine Armen. Oefen. Mhm. Hüft höch. Hüft höch. Bleibe hier. Atemest dich. Atemest dich. Aus. Noch einmal. Atemest dich. Atemest dich. Sinken die ball wieder runter. And go home. Mhm. And let's do this again. Rollen genau wie vori. Genau wie vori. Arme sind lang. Schlüsselbein ist breit. Bekki Pizzo. Heben die ball. Oder kannst du auch ohne ballen. Lüpfen die Arme. Nur Hüft höchig. Nicht mehr. And then sinken. And go home. Okay. One more. Dann nehmen wir wieder. Genau. Noch einmal. Roll up. Bekki Pizzo. Lüpfen die Arme nur Hüft höchig. Wenn du deine Arme hierher hast. Schlüsselbein normal kontrollieren. Very nice. Axel hurli zu de Talia. Steht röpper an de Arme. And then as you exhale. Go home. Mhm. Alright. Noch einmal. Noch ein Schritt weiter. Gut. Bekki ist immer noch Pizzo. Okay. Roll up. Bekki Pizzo. Lüpfen die Arme zu Hüft höchig. Bekki ist immer noch Pizzo. Lüpfen die Arme zu Deki. Bleiben. Bekki Pizzo. Sink deine Arme wieder. Bis zum Boden. Bekki ist immer noch Pizzo. Und wieder immer Pizzo. Boat. Whoa. Und wieder. Und wieder. Roll up. Genau wie vor. Bekki Pizzo. Lüpfen die Arme bis zu Deki auf. Und wieder mehr Sinken. Und wieder. And go home. So, one more, inhale, lüpfe Kopf, roll up, Becke blieb zu Pizzo, lüpfe Arme, very nice, and then go home, Arme sinken, and then roll back down, and relax, very good, okay. Alright, so das mal, behalte den Ball, wo sie sind, Knie zum Bruch nehmen, and then rock up. So, nimm eine kurze Pause mit den Schultern, nimmst du jetzt die zwei Balle unter deine Füße. Und einfach müsst ihr schauen, ob du den Ball auf den Matten oder auf den Boden hast. Du kannst sonst mit dem Ball auf den Boden und lüpfe Becke nach vorne. Wenn man die Becke wirklich bewegt, kannst du noch ein bisschen mehr führen. Voilà, okay, blieb hier, good. Habe dann deine Oberschenkel, and then slowly roll down. Palte deine Füße, wo sie sind, und wenn du kannst, habe ohne Hände, kannst du Hände löse Füße. Hände löse Füße, palte die Füße an Bode, and roll down. Weil palte die Füße vom Ball, and then Arme sinken. Voilà, schlüsselbein zurück. Alright, good. Now, eventuell musst du mit dem Becke ein bisschen höher rutschen, oder mit, genau, du musst sie gerade am Ende vermuten. Alright, bleib hier. Okay. Becke ist Pizzo, Schlüsselbeine ist zurückgerollt, deine Arme kannst du lange haben, oder deine Ellenbogen kannst du zur Seite beugen. And roll das Schlüsselbein zurück, Axel zu der Talie, your trio. Also put samt an deine Matte, an deine Küsse, noch ein bisschen samt Pressa, im Gedanken. Alright, as you inhale, strecke die Beine, the ball rollt sich unter deine Achilles, und dann macht der Fuß flex. Press die Knoikelle, aha, genau. And then as you exhale, roll er wieder zurück. Der Ball kommt wieder unter deine Füße, Mitte vom Fuß. Vorstelle, du möchtest den Ball jetzt hier, wenn sie unter deine Füße sind, wie Suga. Okay, mm-hmm, exactly. And then as you inhale, roll er, strecke die Beine, Fuß flex, sei zu dir, Knoikelle, Ache presse, du spürst, wie der Po schafft wird. Und noch einmal, atme Schuss wieder zurück, roll er. Very good. Okay, let's do one more. Now, währenddessen du das wachsch, keep going. Läuft es die Schulterbliebe, your trio, exactly. Yeah, if your arms lift, that's normal, that's normal. If your hands lift, that's normal. Okay, now, sephoid, keep moving. Sephoid, zum Ungeren Buchnabel, yes, sephoid Ungeren Buchnabel, Ungeren Schambein. And again, inhale, watch your pelvis. Genau, so keine Hohlkreuz, and again. Sehr gut. And strecke das letzte Mal, bliebe hier, Zeit zu dir, bliebe hier, richtig pressen, Knochen labern, look, wie der Popo hebt sich, bliebe drühe, bliebe zwei, bliebe eins, and then roll er wieder zurück. Voilà, and just relax. So it's good for your shoulders, and this is sehr good for Jenny, die Schulter, und für euch auch eigentlich, für mich auch, okay. Okay, gut, für einen kurzen Moment, hier bliebe. Voilà. Wenn es jetzt geht, rollst du den Ball noch ein bisschen näher zum Sitzbeinhocker und probierst, deinen Ball nahe mit deinen Händen, ohne dass du lüpfen musst. Dass du mit dem Oberkörper raufkommen musst. Okay, Füße am Boden. Voilà. All right, so now we're a little bit too close to the internet, but that's okay. All right, bliebe hier, bliebe hier, okay, bliebe hier. Also, ach liebe Bekki, die Wirbelsühle, lüpfe Bekki, come up. Bau bleibe einfach ganz schön, wo sie sind, unter deine Hände. Schlüsselbein ist breit, Nacken ist lang. But this is not a yoga, this is not a yoga bridge, this is a Pilates bridge, okay. So lade die Schulterblätter in Boden. Yes, stop. Breite die Schlüsselbein bleibe. Denken, Knöpfen stossen und deine Füße unterziehen. Stay like this. Now, bliebe mit dem Bekki oben, lüpfe deine Arme zudeck. We go back to the shoulders. Genau wie vorhin. Atme in, atme aus, Arme zum Schlafen. So, jetzt tun wir noch ein bisschen mehr Schlafen in der Bewelle, dass wir mit der Schulter schaffen. Inhale, Arms up. Exhale, Arme füllen, nur bis zu der Hüft. I atmen, Arme in Ufa. Ausatmen, Nose to Throat. Arme zum Schlafen. Inhale, Arms up. Take your time. Exhale, Füllen. Voila. Noch einmal. Atme, Schie. Atme, Schuss. Und dann nimm deine Arme bis zum Boden runter. And then slowly roll down. So, roll das Schambein zum Brustbein. And slowly, eins Wirbel nach dem anderen. Segmental, Wirbel für Wirbel, bis die Bekki wieder in Pizzo hast. Voila. Schau hier, dass die Füße relativ nahe sind zum Gesäß, sodass, wenn du da oben bist, hast du ein bisschen besser Halt für die Brücke zu bleiben. Alright, kleine Variation noch dazu. Läufe Bekki. Läufe deine Arme zur Decke. Inhale, bleibe hier. Du hast noch gespürt, die breite Schlüsselbein. The Trio. Schlüsselbein zurück, breite Schlüsselbein. Achse, Höhle zu der Talie. Now, bleibe. As you exhale und deine Arme zum Schlafen kommen, sinken Wirbel für Wirbel wie vorher. Und bleibe mit den Armen am Schlafen. Achse, Höhle zu der Talie. Achse, Höhle zu der Talie. Arme zum Schlafen, Bekki, Pizzo. Good. Arms up. Arms down neben dem Hüft bis zum Boden. Ich atme, Läufe Bekki. Genau, atme Schuss, atme Schill, Läufe, Arme. Bleibe hier, noch organisierte Schulter, presse deine Füße am Boden, Knochen nach vorne. Organize. Voilà, and then as you exhale, ausatme, Arme zum Schlafen, Wirbel für Wirbel, segmental. One vertebrae at a time. Abrollen, 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 Abrollen. Vorstellst du dir öppen an deine Arme, aber die Achse, Höhle, geht zu der Talie. Gagapot, ja. Opposition. And again, Arme in Ufa. Arme zu der Hüft. We do one more. Nose to Throat. Inhale. Läufe Bekki. Okay, so Nose to Throat, Schlüsselbein, the Trio. Okay. Läufe Arme. Immer denke hier, der Schlüsselbein, Achse, Höhle. Genau. Bleibe hier kurz mit den Armen zu decken. Nose to Throat. Brava. Knochen nach vorne. Presse deine Füße am Boden. Ziehe deine Füße unter dem Körper. Stay for three. Arme neben Schlafen. Oh, noch nicht. Excuse me. Come back up. Sorry. Okay, now Arme bliebe drüber. And then bliebe drüber, bliebe drüber, bliebe drüber. And then slowly as you roll down. Arme zum Schlafen. One vertebrae at a time. Voila. Gut. Arme in Ufa. Arme in Ufa. Zum Hüft. Ball, bleibe auf der Matte. Knochen zum Brust nehmen. Just relax for a second here. Kannst kreisen. Knochen in eine Richtung. Kannst kreisen in die andere Richtung. Gut. Okay. And rock up. Okay. Gehe ein bisschen zurück. Jenny Schneider-Sitz. Vier Füßler. Deine zwei Balle kannst du kurz im Moment einfach auf die Seite tun. Voila. Okay. Just one more sequence here mit Vierfüßler-Position. Begge ist Pizzo. Zeihspitze aufstellen. So die Kraft in deine Arme hast jetzt. Das tun wir noch ein bisschen brauchen. Denke, der Kopf ist höher als der Wirbelsülle. Nose to Throat immer noch. Aber Kopf höher als der Wirbelsülle. Lass deine Knochen schweben. Eins bein nach die andere hingere Strecke. So you go in your Plank. Bein zusammen pressen. Knochen zusammen pressen. Schlüsselbein zurück. Think of your Trio. Now stay for three. Stay for two. Stay for one. Knochen wieder am Boden. Do Child's Pose. Ganz schön. Tiefi, tiefi Fuß. Now in your Child's Pose. Denke die SIS zurückrolle. Do your Scoop. One more. Inhale, exhale. Good. And then again, come to your Vierfieslid. Quadruped. Zeihspitze aufstellen. Watch out, Jenny. Ganz schön. Beke ganz gut im Pizzo. Genau. Sefei, dungeremsch. Genau. But not too round here. Schlüsselbein zurück. Mm-hmm. Good. Denke die Mathe halbierer. Den Mathe halbierer und ziehe. Lüpfe eins. Lüpfe den Knochen. Eins Bein nach die andere Hingere. Now bleibe hier. Kopf ist höher aus der Vierfieslid. Schlüsselbein zurück. Achsehöhle zu der Talie. Denke den Mathe halbierer. Den Mathe auseinanderreissen mit deinen Armen und ziehe zu deinen Füssen. Stay for three. Stay for two. Stay for one. Knochen wieder runter. And then one more child. Mm-hmm. Very good. And again, roll die ESIS zurück. So, dann möchtest du den Bauch wirklich weg von den Oberschenkel, von deinen Femur. Voilà. And then, noch einmal wieder zum Quadruped. Geh wieder zurück zum Vierfüssler. Mm-hmm. Becken richten, Wirbel für Wirbel richten. Sehr gut. Okay. Langsam zum Aufstehen. Mach deine Füße im Wie, wie du hast gemacht am Anfang auf der Matte. Mm-hmm. Nimmst du deine Hände nach hinten und näher zu deinen Knochen. Noch nicht auf, Jenny. Einfach so hier. Gut. Von hier aus. Nimmst du deine Lüpfenden Knochen. Und dann langsam strecken. Nimmst du deine Hände genau. Genau. Nimmst du deine Hände zurück zu deinen Füssen. Gut. Dann halbzieht auf Star. Nimmst du deine Hände zu den P-Points. P-Points ist Oberschenkel. Voilà. Presser ab. Blick zum Buch. Roller das Schambein zum Bruchbein as you slowly roll up. Schlüsselbein zurück. Öffnet in die Fasers. Stand. Hüftbreit. Voilà. Blick für den Füssen. Und merci vielmehr. Danke für mitzumachen zusammen. Merci vielmehr. Ich hoffe, es hat einen guten Tag. Es ist noch etwas für die Schulter. Und noch etwas Kraft. Und ich wünsche dir viel Spass noch. Dass du mitgemacht hast. Merci vielmehr.